Das ist Matthias von Walden. Der 35-Jährige lebt auf dem Land und hat ein großes Ziel. Er möchte berühmt und von den Promis geliebt werden. Fast jedes Wochenende besucht er ein Event, um den Stars ganz nah zu sein. Denn er hat einen Traum. Er möchte in die Fußstapfen von Modezar Rudolf Mooshammer treten. Also Fussi! Hier auf der teuersten Einkaufsstraße Deutschlands in München will er eine Boutique eröffnen. Der neue Modezar in Deutschland. Also genau so stelle ich es mir ja auch vor. So große Schaufenster, wo man dann die Handtaschen reinstellen kann. Und ich will unbedingt blonde Verkäuferinnen haben, die Russisch und Englisch sprechen. Das ist das absolute Must-Have. Und auch so hell. Ja unbedingt. Es muss so hell sein. Ganz wichtig. Und dann ganz groß in silberner Schrift Matthias von Weiden. Also M, V, W. So wie dieses Dior jetzt. Aber halt dann entweder in Gold oder in Silber. M, V, W. Matthias von Weiden. Das wär's ja. Ja. Ui, Chanel! Ah, da müssen wir reinkommen. Doch bis zu seiner eigenen Boutique ist es ein langer Weg. Noch wohnt er in einem kleinen Ort an der tschechischen Grenze. Weit weg von den Promis und der Münchner Bussi-Gesellschaft. Aber in seiner Wohnung hat er sich bereits seine eigene Glamour-Welt gebaut. Hallo, willkommen in meiner Villa-Kunterbund. Kommt doch mal rein. Also das ist meine Garderobe. Da hab ich meine ganzen Handtaschen. Und jetzt gehen wir mal zu mir ins Wohnzimmer. Also das ist mein Wohnzimmer hier. Da schau ich dann einmal Fernseher. Da lieg ich dann immer hier im Bett rum. Da hab ich keinen Bock gehabt, dass ich mir eine Couch aufstelle. Deswegen hab ich mir nämlich ein Bett hier reingestellt. Weil es doch ein bisschen bequemer ist. Ich steh unheimlich auf Engerle. Die beschützen mich. Und da sind meine ganzen Fotos von meinen ganzen Freundinnen und von meinen ganzen Stars, die ich alle schon getroffen hab. Zum Beispiel hab ich vor zwei Jahren mit meiner Mama in Ibiza einen Schmuck von der Paris Hilton gefunden. Und den haben wir natürlich anstandshalber abgegeben. Und dafür war sie dann letztes Jahr mit mir am Blumarlin und hab mit mir Party gemacht. Das Reich von Matthias gleicht einer großen Puppenstube mit viel Kitsch, Glitzer und Glamour. Hier lebt er in seiner eigenen plüschigen Welt und träumt jeden Tag von einem Leben als großer Modezar. Viele meiner Freundinnen sind auch so wie ich, die auch vieles sammeln. Wie zum Beispiel jetzt hier die Mutter Gottes. Die hab ich in mehreren Variationen. Kitsch. Absoluter Kitsch. Und da steh ich halt total drauf. Also Kitsch ist das, was mich glücklich macht. Auch beruflich hat sich der Paradiesvogel ganz und gar auf Kitsch und Kunterbuntes eingestellt. Dreimal in der Woche arbeitet er in einem Spielzeugladen und berät Kunden, womit er sich schließlich am besten auskennt mit Puppen, Taschen, Spielen und Plüschtieren. Also ich steh ja total auf Rosa. Das ist ja absolut meine Farbe. Und ich lieb alles, was glitzert. Das ist genau meine Welt. Naja, ich hab früher auch immer gern schon mit Puppen gespielt. Ich bin ganz ehrlich. Also nicht so gern mit Autos, aber eher halt dann mit Puppen. Das war auch schon immer anders als bei anderen Jungs. Die Kunden und auch seine Chefin sind von Matthias mehr als begeistert. Sie bewundert nicht nur sein Talent als grandioser Verkäufer, sondern auch sein Leben in der Promi-Welt. Der Matthias ist sehr engagiert. Der bemüht sich immer um einen netten Umgangston und irgendwelche Kleinigkeiten und Täschchen verkauft er ja am allerliebsten. Wir freuen uns auf jeden Montag, wenn er wieder anfängt zu arbeiten. Und er kommt frisch aus München, weil wir uns freuen auf die Nachrichten. Was ist wieder mit dem Boris Becker oder mit dem Fritz Wepper oder was gibt es wieder Neues? Weil ich spare mir total die Bunte, die Bild, die Gala, spare ich mir alles. Ich höre es aus erster Hand von Matthias. Und außerdem ist er ein guter Verkäufer. Also zwei in einen. Inzwischen ist Matthias in seiner Heimat selbst ein Star und gern gesehener Studiogast beim Radio. Auch die Hörer wollen mehr von seinem aufregenden Leben mit den Stars erfahren. Gemeinsam mit seiner Freundin Nicola besucht er die Radiostation in Weiden. So, ihr Lieben, los geht's! Und heute bei mir zu Gast Matthias Bagada aus Weiden. Und Matthias, hier in Weiden kennt dich ja jeder. Hat dich jeder schon mal gesehen mit deiner Handtasche? In der Innenstadt vielleicht die Amberger und Tirschenreuter werden dich noch nicht so gut kennen. Du bist ja wirklich überall unterwegs. In Kitzbühel, du hast Paris Hilton schon auf Ibiza getroffen. In München gehörst du einfach mit dazu. Jetzt erzähl einmal ein bisschen. Wie ist denn das so mit den Prominenten? Wie sind die denn so drauf? Ja, es ist voll lustig auf alle Fälle. Du kriegst jetzt mal was Gutes zum Essen. Und am Schluss kriegst du immer tolle Geschenke. Und die machen alle Fotos mit mir. Also es ist immer Morza Gaudi. Okay, wer ist der Schlimmste von allen? Keiner. Also ich habe mich bis jetzt mit allen gut verstanden. Und die, wo ich nicht leiden kann, da gehe ich einfach nicht hin. Ja, da hast du auch recht. Jetzt, was sich der ein oder andere fragt natürlich. In München, das Leben ist schweineteuer. Da zahlst du für ein Glas Sekt 20 Euro. Du bist da rund um die Uhr unterwegs. Du bist im Käferzelt auf der Wiesn. Wie kann man sich sowas leisten als normaler Mensch? Ja, du wirst da eingeladen, also von Freunden und so teuer ist München auch wieder nicht. Da gibt es auch einen Aldi und einen Normer. Du gehst halt da einkaufen und nimmst halt deinen Sekt mit und den steckst dann in die Handtasche rein, schmuggelst den mit rein und dann hast du steil 20 Euro wieder gespart. Ja, das stimmt allerdings. Matthias weiß, er muss selbst berühmt und prominent werden, um als Modezar wie Rudolf Mooshammer in München und ganz Deutschland gefeiert zu werden. Insofern fördern Radio- und Zeitungsinterviews seinen Bekanntheitsgrad. Aber auch zu Hause arbeitet er ständig im Internet an seiner Popularität. Wie geht's dir denn? Wie geht's dir denn? Wie geht's dir? Gut, ganz drauf. Er postet bei Facebook Fotos mit Prominenten und schreibt regelmäßig Kommentare über seine Erlebnisse mit den Stars. Da die Mariella Ahrens, Errol Sander, ein super Schauspieler, der Oliver Pocher, das wäre noch einer für dich. Sie ist ein Kerl, gell? Und der Christoph Ude. Die Sonja Riekel von der Bunten. Lauter tolle Schauspieler, schau. Lauter Prominente. Immer unter die Prominente, Matthias, bist du. Ja, die zieh mich halt an, gell? Ich mach halt gerne mit denen Fotos. Ja, das ist deine Welt. Matthias kennt sie alle. Ob Boris Becker, Oliver Pocher oder Star-Koch Alfons Schubeck. Sich mit den Stars fotografieren zu lassen, ist das eine. Aber wie kommt man auf die Events und den roten Teppich ohne Einladung? Also, ich bin ganz ehrlich und bei mir macht ja schon das Aussehen viel her. Und da ich ja auch wirklich immer gut angezogen bin und so tue, als ob ich dazugehören würde, lasse ich mich immer vor dem roten Teppich raus. Und auch wenn ich keine Einladung habe, gehe ich da trotzdem hin. Und was passiert da? Nix, weil die denken, ich gehöre mit dazu. Damit auch sein Name Glamour und Jet Set versprüht, nennt er sich seit kurzem Matthias von Weiden. Eigentlich heißt er Matthias Bagada, aber das klingt nicht nobel genug. Weil ich das einfach lustig finde, wenn du jetzt zum Beispiel in tolle Lokale reservierst, in München oder in Berlin, zum Beispiel wenn du jetzt da zu Borchers gehst und dann reservierst du auf den Namen Matthias von Weiden, dann bekommst du da sofort natürlich einen Platz angeboten. Und wenn du dann dort stehst und sagst, Matthias von Weiden, das kommt irgendwie gut rüber. Aber ich bin natürlich kein von, sondern ich komme von Weiden. Das ist natürlich dann wieder was anderes. So versucht er in allen Lebenslagen, seinem großen Idol nachzueifern. Er möchte so sein wie er. Den habe ich ja sehr, sehr gern gehabt, den Herrn Mosheimer. Weil der hat mir jetzt zum Geburtstag immer was geschenkt. Ob das ein dunkelblaues Seidentuch war, mit einer weißen Schrift, wo Rudolf Mosheimer draufgestanden ist, oder eine Krawatte. Oder ich habe auch mal ein schönes giftgrünes Hemd von ihm bekommen. Der hat mich einfach gern gehabt. Ich bin zu ihm in die Boutique rein. Wir haben uns kennengelernt. Der war immer sehr sympathisch, sehr nett zu mir. Und ich bedauere das ja sehr, dass er nicht mehr unter uns ist und nicht mehr lebt. Es war im Januar sein Todestag. Und da haben sie dann im Fernsehen auch den Mordbericht über ihn gebracht und alles. Also ich möchte ja schon gern so sein wie er und auch eine eigene Boutique haben in der Maximilianstraße in München. Aber ich will auf keinen Fall so enden, wie er gestorben ist. Also in dem Milieu treibe ich mich auf alle Fälle dann nicht herum. Wann immer er in München ist, besucht er mit seinen Freundinnen die Maximilianstraße und die ehemalige Boutique von Mode-Zahr Rudolf Mooshammer. Und schau, Carnival de Vinice. Das Geschäft hat früher Mooshammer gehört. Ja, stimmt. Da hat er residiert. Das war sein Laden früher. Da war halt die Maximilianstraße noch die Maximilianstraße. Sag einmal, Schatz, glaubst du, ich kann mir eines Tages auch so einen Laden leisten? Ja, das schaffst du schon mal. Glaubst du? So ein kleiner Laden würde mir auch vollkommen langen. Da bist du früher reingegangen. Da war er drin gestanden, der Mooshammer. Dann hat er da seine Krawatten verkauft. Und da waren die ganzen Fans immer gestanden. Und jetzt lebt er nicht mehr. Schade. Schade, ja. Ja, egal. Weißt du was, jetzt schauen wir mal vor. Zu Chanel und zu Dior. Machen wir. Er will in die Rolle des Modeschöpfers schlüpfen und berät auch ohne eigene Boutique seine künftige Kundschaft auf der Straße. Aber ich sag Ihnen eins, das ist ein absolutes Must-Have, die Kelly-Bag von Hermes. Und die haben Sie ein Leben lang. Das weiß ich. Die ist wirklich klasse. Ja, wir sind lieb. Dankeschön. Wir haben zwar heute kein besonderes gutes Wetter, aber ich wünsche Ihnen nur einen schönen Tag. Tschüssi. Wiedersehen. Was haben denn Sie für eine tolle Handtasche? Zeigen Sie es mir mal. Das ist ja eine Kroko. Das dürfen wir doch heute gar nicht mehr zeigen. Aber das ist ja was ganz was Besonderes. Ja, das dürfen wir heute gar nicht mehr zeigen. Die müssen Sie zwar in Ehren halten, das wissen Sie zwar schon. Ja, das habe ich auch. Die habe ich ganz in Ehren. Die ist auch schon ganz alt. Ja, also ich bin ja Matthias von Weidner. Und ich werde ja vielleicht einmal, wenn ich viel Geld mache mit meinen Handtaschen, hier in der Maximilianstraße einen Laden eröffnen. So wie der Herr Moos haben wir früher. Und wenn Sie dann mal vorbeikommen, bei mir kriegen Sie einen Kaffee. Drücke ich Ihnen ganz fest die Daumen. Ja, vielleicht klappt es ja. Ja. Und passen Sie gut auf die Handtasche auf, weil die ist was Besonderes. Ja, das stimmt. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen. Zurück in seiner Wohnung. Es ist Donnerstag und Matthias packt mit Nikola den Koffer. Es geht wieder auf nach München. Packen. Für ihn eine Mammutaufgabe. Was nehme ich mit? Das ist wie bei einer Frau. Einen Tag vorher, da mache ich mir so Gedanken drüber, was ziehst an, welche Uhr passt dazu, welcher Schmuck passt dazu. Dann telefoniere ich noch mit meiner allerbesten Freundin, mit der Nikola, frage sie, was sie dazu sagt, ob das jetzt dazu passt, welche Farben ich anziehen soll. Und dann, wenn es Zeit hat, kommt es immer vorbei und hilft mir dabei beim Kofferpacken. Geschafft. Alles eingepackt. Bejubelt von der Dorfjugend schreitet Matthias von Weiden durch den Bahnhof. Endlich ist es soweit. Ein neues Event mit vielen Stars wartet auf ihn. So, und jetzt geht's ab nach München, in die Großstadt. Gras aus der Provinz. Doch bei seiner Ankunft sieht man nichts von Luxus und Glamour. Matthias hat sich zwischen Obst- und Gemüsekisten in einem Hinterhofhotel einquartiert. Nicht wirklich prickelnd und Champagnerlaune kommt hier auch nicht auf. Noch kann er sich die guten Hotels nicht leisten und spart lieber für andere Dinge, die das Leben versüßen. Also ich mach das einfach so, ich geh halt einfach in so ein Billighotel da am Bahnhof. Die kosten nicht mehr als 40 oder 50 Euro und dafür leistet ich mir halt dann mal ein Glas Champagner am Abend. Drei Stunden vor dem Ball richtet sich Matthias her. Also ganz wichtig ist bei mir immer, dass ich mich gescheit abpudere, weil ich werde ja viel fotografiert am roten Teppich und von der Münchner Presse. Und da darf ich auf keinen Fall glänzen und deswegen brauche ich immer ganz viel Puder, dass ich auch gut ausschaue. So und dann brauche ich natürlich die Wimperntusche. Ganz wichtig ist immer, dass die Augenbrauen ordentlich gezupft sind. Also in Weiden schminke ich mich ja gar nicht, aus dem Grund, weil da gehe ich ja auf keine Partys und keine Events oder Promi-Veranstaltungen. Aber hier in München, da muss man schon was gleich ausschauen. Und deswegen trage ich jetzt auch noch ein bisschen ein Lipglas auf. Ansonsten bin ich recht natürlich geschminkt. Es ist soweit. Matthias von Weiden betritt den berühmten Vilserball. Das ist seine Bühne. Der zukünftige Modezar von München in seinem Element. Überall werden Bussis verteilt. Die Gesellschaft feiert ihn wie einen König. Ich bin ja so froh, dass ich da bin, in meinem geliebten München. Da kann ich ja endlich so sein, wie ich wirklich bin. Bei mir daheim, in meiner Provinz, da tue ich mich ja schwer. Und da gibt es auch nicht so tolle Veranstaltungen und Partys wie hier. Und hier bin ich ganz ich selber. Ob Matthias von Weiden wirklich seine Boutique eröffnen wird, wer weiß. Aber zumindest lebt er seinen Traum. Den Traum vom Modezar, der neue Rudolf Mooshammer. Die Promi-Welt wäre gewiss um eine Attraktion reicher.